Hallo und herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo über das erste UN-Nachhaltigkeitsziel. Die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, sind 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Im heutigen Video schauen wir uns das erste Ziel genauer an, welches besagt, die Armut in allen ihren Formen und überall zu beenden. Aber was ist eigentlich Armut? Als extrem arm gelten Menschen, wenn diese weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Als relativ arm gelten Menschen, welche weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens ihres Landes verdienen. Das erste SDG, keine Armut, besteht aus sieben Unterzielen. Im Unterziel 1.1 geht es darum, dass bis 2030 kein Mensch auf der Welt mehr in extremer Armut, das heißt, mit weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag leben muss. Beim Unterziel 1.2 soll die Zahl der Menschen in Armut, gemessen an nationalen Definitionen, mindestens halbiert werden. Als Unterziel 1.3 wurde festgelegt, dass alle Menschen durch soziale Sicherungsleistungen abgesichert sein sollen. Unterziel 1.4 besagt, dass alle Menschen gleiche Rechte und Chancen beim Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen haben sollen. Die Widerstandsfähigkeit von Menschen in Armut gegenüber klimabedingten Extremereignissen und Katastrophen soll gestärkt werden. Diese Widerstandsfähigkeit ist Bestandteil des Unterziel 1.5 und ein Beispiel dafür sind sogenannte Little Homes. Diese mobilen Wohnboxen aus Holz, welche an- bzw. von Obdachlosen verschenkt und bewohnt werden, bieten diesen Menschen einen Schutz vor Kälte, Regen und ein Gefühl von Sicherheit. Im Unterziel 1.a wird beschrieben, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern im Bereich der Armutsbekämpfung verbessert werden soll. Als letztes Unterziel 1.b wird definiert, dass politische Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, die zum einen die Grundlage für armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien bilden. Jedes Unterziel ist dabei mit passenden Indikatoren ausgestattet. Diese helfen, den Fortschritt beim Erreichen des Oberziels zu messen, die Entwicklung allgemein darzustellen und dienen als Entscheidungshilfe für die Politik. Kommen wir nun zur Entwicklung und zum aktuellen Stand des SDGs Armut. Global gesehen ist der in extremer Armut lebende Teil der Weltbevölkerung vor der Covid-19-Pandemie gesunken und aufgrund der Pandemie wieder angestiegen. Aktuell ist somit fast jeder zehnte Mensch auf der Welt von extremer Armut betroffen. Kommen wir nun zur Entwicklung in Deutschland. Hierbei sollte man den Begriff der materiellen Deprivation kennen. Materielle Deprivation beschreibt den unfreiwilligen Verzicht auf ausgewählten Konsum aufgrund finanzieller Probleme. Der Anteil von materiell deprivierten Personen in Deutschland hat sich von 2011 auf 2019 fast halbiert. Durch die Covid-19-Pandemie wird ein leichter Anstieg prognostiziert. Des Weiteren liegt der größte Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen zwischen 18 und 65 Jahren. Der Anteil liegt bei Frauen ca. 3% über dem der Männer. In Deutschland ist der Anteil der Arbeitslosen-Leistungsbezieher über die letzten 11 Jahre konstant bei ca. 95% verlaufen. Jedoch sind weltweit 4 Milliarden Menschen immer noch ohne Sozialschutz. Die Staatsausgaben für soziale Sicherung betrugen in Deutschland ca. 41-44% der Staatsausgaben zwischen 2010 und 2019. Kommen wir nun noch zu den lokalen Daten, wobei wir die Werte des Landkreises Göppingen betrachten. Die Kinder- und Jugendarmut erreichte 2018 ihren Höhepunkt. In den zwei darauffolgenden Jahren sank sie deutlich auf 9,4 bzw. 6,3%. Die Altersarmut im Landkreis Göppingen liegt zu jedem Zeitpunkt deutlich unter dem Durchschnitt von Baden-Württemberg. Zum Ende des Videos möchten wir euch noch ein paar Möglichkeiten vorstellen, um selbst ein bisschen etwas gegen Armut zu tun. Eine Möglichkeit ist, nicht mehr benötigte Klamotten zu spenden bzw. diese in Altkleider-Container abzugeben. Zudem könnte man bei einem Benefizrundenlauf für bedürftige Kinder laufen oder Spender eines Läufers werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir hoffen wir konnten euch das Thema nahe bringen. Anbei findet ihr noch unsere Quellen. Bis bald!